Hallo Freunde, hier ist wieder euer ShurTalk und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das 5 Sterne Terra Event mit Hytera ist gestartet und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz easy Hytera One-Shotten könnt und somit in kürzester Zeit jede Menge Terra Stücke farmen könnt. Wir gehen rein, Abfahrt, let's go! Was wir benötigen ist unser Freund Valentin. Wir benötigen für ihn das Item Heißorb. Dazu noch die Attacke Bauchtrommel und die Attacke Fassade. Mehr benötigen wir nicht. Fähigkeit Adrenalin ist ganz wichtig, ihr solltet ein hartes Wesen spielen. Level 100 ist nie verkehrt, ich blende euch hier jetzt auch einmal die Battlecard dazu ein. Die IVs verteilt ihr bitte 252 Punkte in die KP, 252 Punkte in den Angriff und 4 in die Verteidigung. Und das war's dann auch schon. Dann lasst uns reingehen. Wir besiegen Hytera jetzt ganz easy solo. Einmal die Bauchtrommel. Ja, holt, Tänzchen. Tänzchen ist da. Auf die Mütze gekriegt, Verbrennung, wunderbar, so soll es sein. Und rein in die Fassade. Ausgeführt und links, rechts. Knack. Und da haben wir ihn One-Shot. Ganz easy Nummer. So soll es sein, so ist es fein. Fangen wir Hytera weg. Ihr seht, schneller kann man einfach nicht an Terrastücke kommen und schneller kann man auch nicht diesen Raid schaffen. Besorgt euch daher unbedingt ein Ursaring. Hytera wurde gefangen und wir bekommen richtig Terrastücke. Guckt euch das an, Freunde. Immer fünf am Stück, hier nochmal drei, nochmal fünf. Das ist schon. Oh, das kann man mitnehmen. Das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem kurzen, knappen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns noch gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Macht die Glocke an, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss und schau, euer ShurTalk. Bye, bye. Tschüss und schau, euer ShurTalk.